hallo da draußen und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der sven und ich habe wieder alle vier objektive für euch im test eine aufnahme die vielleicht für den ein oder anderen nicht wirklich die beste aufnahme ist um euch das noch mal so ein bisschen zu zeigen aber man könnte sagen heute geht es das erste mal ich werde noch ein zweites bzw ein viertes video machen geht es ums bokeh also um die unschärfe hinter einem motiv und ja ich würde sagen reden wir nicht lange um den heißen brei weil ich möchte euch ganz viele bilder zeigen und dann natürlich auch ein paar vergleiche zeigen und ich hoffe dass ihr auf diese art und weise so ein bisschen besser die objektive kennen lernt und vielleicht auch für euch irgendwann mal eine entscheidung trefft falls ihr zufälligerweise vor so einer linse steht und sagt kauf ich mir oder kauf ich mir nicht am ende werde ich noch ein bisschen über die vier objektive reden bzw so meine gedanken was kaufen angeht und ich hoffe dass ihr damit etwas anfangen könnt so ich war gestern mit dem rad unterwegs und dann habe ich dieses rapsfeld gesehen weil ich hatte vorher überhaupt keine aufnahme gemacht obwohl ich schon zehn kilometer gefahren bin dieses bild ist natürlich jetzt so eine sache das weiß ich aber ich hoffe dass ihr damit etwas anfangen könnt hier oben seht ihr immer das objektiv ich habe praktisch die metadaten in lightroom zugefügt damit also die objektiv namen damit ihr wisst mit was habe ich da gearbeitet ich sag's zwar immer aber ihr könnt es euch auch noch mal angucken dann habe ich folgende bewertung gemacht ein stern ist offenblende zwei sterne ist einmal abgeblendet drei sterne ist blende acht also eins zwei drei und hier werde ich jetzt noch einen zweiten stern hin machen damit das korrekt ist da habe ich nämlich auch einmal abgeblendet so und jetzt geht's los das minolta 50 mm bei offenblende also eins zwei ihr habt das ja schon im ersten video gesehen ziemlich soft sobald man einmal abblendet wird die sache deutlich besser und ihr habt trotzdem immer noch eine freistellung blende 2 8 blende 4 blende 5 6 blende 8 also eigentlich so meine lieblingsblende im übrigen möchte ich noch folgendes sagen die bilder sind entwickelt und einigermaßen aneinander angeglichen das hat nicht wirklich funktioniert ich weiß auch nicht warum die sony total unterschiedliche belichtungen gemacht hat ist leider so und übrigens bei offenblende war das bild ja sehr überbelichtet da kam die sony gar nicht hinterher was die belichtungszeit anging blende 11 blende 16 da ist natürlich dann sagen wir mal mehr auch vom hintergrund wieder zu sehen aber ihr wisst ja bei blende 11 fängt es eigentlich an bei blende 16 auf jeden fall haben wir beugungs erscheinungen das macht zwar nachts ein schönes blenden sternchen das habt ihr im letzten video gesehen aber es ist nicht wirklich eine blende die man benutzen sollte wenn man wirklich schärfe haben will das 58 mm bei offenblende es ist weicher es ist noch weicher es ist ja auch die ältere linse einmal abgeblendet sieht die sache wieder ganz anders aus im übrigen habt ihr ja auch gesehen ihr habt in den ecken schon eine deutliche abdunklung aber das hättet ihr auch bei modernen objektiven möchte ich nur mal angemerkt haben nur da gibt es mittlerweile halt für jedes objektiv in der kamera beziehungsweise vom objektiv an die kamera gemeldet eine korrektur also blende 12 blende 228 456 blende 8 kann man lassen ich zeige euch nachher nochmal die einzelnen blenden direkt im vergleich blende 11 blende 16 das makro objektiv blende 3,5 dann geht es gleich auf 5,6 blende 8 blende 11 blende 16 55 mm bei offenblende natürlich deutlich mehr scharf ist ja auch deutlich mehr geschlossen 17 28 456 blende 8 blende 11 und blende 16 natürlich wieder am ende ja wird es ein bisschen matter eben durch die beugung jetzt zeige ich euch die jeweilige offenblende mal im vergleich da ist natürlich wie ich auch schon im ersten video sagte die 1 2 blende eigentlich nicht so wirklich nutzbar aber der ein oder andere wird sie vielleicht nutzen und hier mal eben der vergleich zwischen dem 50 mm wenn ihr praktisch ein motiv in der mitte habt und dem 58 mm also das 58 mm ist noch softer das 50 mm gefühlt etwas rauer im bokeh ihr seht das ja im hintergrund ja ich blende hin und her dass 50 58 50 58 übrigens diese blume war etwa 90 cm weg also dieser blütenstand in dem rapsfeld die blende 3,5 beim makro ist natürlich deutlich schärfer weil ja eben die blende weiter zu ist das ist bei einem makro auch vollkommen normal aber ja der hintergrund wird dadurch natürlich auch schon deutlicher wieder und das führt bei diesen ja auch kontrasten zwischen dem gelb hier und dem grün dass man eben das gefühl hat das bild wird rauer wenn man jetzt näher ran geht ist natürlich der hintergrund wieder total weg nur mal so als wichtige info für makro fotografen ja also je näher ran und je weiter weg der hintergrund ist umso ja unscharfer wird er natürlich wieder und offenblende beim 55 mm ich finde das eine sehr sehr schöne linse übrigens sie ist auch sehr klein sie ist leicht und wenn man glück hat ist sie auch nicht besonders teuer natürlich sind die md linsen etwas besser aber es hat was mit dem objektiv zu arbeiten nun der vergleich mit einmal abgeblendet und da habe ich ja habt ihr schon im ersten video gesehen wird das werden alle objektive schlagartig schon mal deutlich besser und das ist eben blende 2 beim 50er blende 2 beim 58er es ist und das seht ihr auch noch mal hier es ist weicher es ist softer es heißt nicht dass es schlechter ist von der schärfe aber dieser mikro kontrast ist insgesamt softer das ist blende 5,6 beim makro das fällt natürlich wieder deutlich raus es ist aber eine blende abgeblendet und dann wird das eben auch deutlich mehr vom hintergrund zu sehen sein bei 5,6 ist klar und blende 2,8 beim 55 mm und da seht ihr auch man kann hier eigentlich eine schöne freistellung haben der hintergrund ist übrigens gar nicht so schlecht also es ist vielleicht auch weil es insgesamt weicher arbeitet die ältere vergütung und so eine schöne linse mit der man auch ich finde mal ganz gut freistellen kann ohne dass so übertriebene ich sag mal bokeh effekte im hintergrund passieren und jetzt eben die blende mit der man ja vielleicht die beste schärfe halt auch erzielt beim 50 mm beim 58 mm beim makro und beim 55 mm also ich würde sagen das ist ja es ist ein anfang um zu sehen welches objektiv vielleicht für euch das richtige ist und da wird es jetzt ein bisschen schwierig es gibt unglaublich viele 50 mm objektive und ich kenne leute die haben wirklich einen berg an 50 mm auch ich hätte und das möchte ich auch mal sagen ich habe das auch im ersten video gesagt ich hätte noch viel mehr einpacken können ich hätte verschiedene md linsen einpacken können ich habe das 50 mm md mit 1.4 mit 1.7 die 2.0 version habe ich nicht ich hätte noch andere 50 mm objektive einpacken können nur dann wird es total chaotisch jeder von euch der in dieser richtung sich ein objektiv sucht der sollte immer im hinterkopf haben vielleicht gefällt mir diese linse nicht bzw ihr solltet eure eigenen tests machen 50 mm objektive außer diese 1.2 die halt sehr teuer sind ihr müsst sie testen und dann entscheiden ja oder nein vielleicht könnt ihr auch mal ein modernes 50 mm objektiv mit autofokus euch ausleihen und eben einen vergleich machen manchmal ist das für euch die bessere wahl weil neuer weil autofokus das ist ja auch immer ein punkt aber vielleicht stellt ihr auch einfach fest dieses 50 mm gefällt mir besser wie dieses oder ihr stellt zum beispiel auch fest wenn ich rausgehe in die natur möchte ich dieses objektiv haben wenn ich menschen fotografiere jenes das müsst ihr für euch herausfinden und da ist es gut wenn man ein bisschen zeit investiert in seine ausrüstung und einfach sagt ich fahr jetzt mal einfach irgendwo hin und mache jeweils mit den objektiven in der brennweite die ich habe einige testaufnahmen einigermaßen gleiche bedingungen und dann zu hause ja müsst ihr entscheiden wo ist welches objektiv besser macht euch strichlisten überlegt euch ja was ihr erwarten wollt was zum beispiel ja die schärfe in den ecken angeht ganz klares kriterium zum beispiel bei landschaftsaufnahmen für weitwinkelobjektive da habe ich ja schon mal einen test gemacht und ja ich würde sagen für dieses video lang genug geworden wieder und als nächstes werde ich mal versuchen das bokeh als sich an sich also wie das aussieht diese unschärfe ringe für euch zu fotografieren bis zum nächsten video tschaui tschüss euer sven